Cardiff soll es werden für Kocheni oder Lahm, Ancelotti oder Wenger. Vidal mit einem ersten zaghaften Versuch und dann Anschauungsunterricht, elfte Minute, Robben, Maßarbeit nennt man das, Wenger sauer, Ancelotti zeigt die Richtung an, hat Lewandowski was falsch verstanden mit dem Treffen, neu erhält und dann trotzdem der Ausgleich, das tut weh, der eine zufrieden, die anderen die wir hier sehen, eher nichts.